Hier sieht man, wie die Blende das Bild verändert. Bei der kleinsten Blendenöffnung fällt weniger Licht durch das Objektiv und das Bild wird dunkler. In diesem Beispiel ist die kleinste Blende F22. Bei der größten Blende kommt das meiste Licht durch das Objektiv und das Bild wird heller. Mit der Blende kann man die Belichtung regeln. Wird das Bild zu hell, muss die Blende verkleinert werden. Ist das Bild zu dunkel, öffne die Blende.